Herzlich Willkommen bei Match Me If You Can! Frage 1. Wer jammert eher während des Trainings? Frage 2. Wer ist der größere Serien-Junkie? Frage 3. Wer schießt härter? Frage 4. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Frage 5. Wer kommt in der Damenwelt besser an? Frage 6. Wer ist der bessere Assistgeber? Frage 7. Wer ist der bessere Kopfballspieler? Frage 8. Wer würde sich eher eine gelbe König Karte für Kritik abholen? Ja, sicher. Er ist aggressiv. Gut, dass du weißt. Frage 9. Wer ist der bessere Techniker? Frage 10. Wer steht häufiger im Abseits? Ist Eko auch hier? Komm, Bruder. Ey, was denkst du? Ja, vielleicht denkst du auch so über mich. Frage 11. Wer würde eher auf sein Handy verzichten? Bruder, du weißt ganz genau. Bravo. Gut, Barton. Du bist jeden Tag 24 Stunden am Handy. Frage 12. Wer ist der talentiertere Fußballer? Hm. Das ist schwierig. Das ist doch eine einfache Frage, Potsdam. Frage 12. Wer würde eher bei offenem Fenster laut Musik hören? Bruder. Du bist Afrikaner. Du bist sowas gewohnt. Bruder. Ich hab immer nur mit meinen Airpods rum. Frage 14. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Oh, was? Oh, was? Ah, das ist schwierig. Theomiton. Was soll ich tun? Hey, der ist von Afrika hier. Und Frage 15. Wer spricht mehr Sprachen? Braupatzer. Was? Wer spricht mehr Sprachen? Braupatzer. So, Herr Wax. Dann kommt es an? So, liebe Sprachen! Ich habe dann schon gesagt. Das ist das Lapp善gen. Also, ich habe jetzt noch sein, ich habe das Lapp auf das Lappen. Das ist das Lappen. 这个 Lappen. Ich habe die Senf und meine Sprache Töne. Ich habe eine kleine Lappen. Ich habe die Senf, keine Senf gemachten. Ich habe die Senf, das Lappen. Ich habe die Senf und die Daumen nach. Das ist das Lappen. Vielen Dank.